Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor acht. Es ist ziemlich nass und schmuddelig da draußen, aber die Spanne reicht so ein bisschen von nass-kalt in Richtung nass-warm. Deshalb haben wir hier mal den Niederschlags-Art-Radarfilm rausgesucht. Und zwar kurz zur Einordnung. Das, was hier blau ist, das ist Regen. Dieses hellere Rosa, das ist Schneeregen. Das dunklere, das ist Schneefall. Dann sieht man sofort, dass er im nördlichen Gebiet dieses Niederschlags teilt. Da ist das ganze Schnee. Und vor allem ging es in den letzten Stunden im Norden Deutschlands zunehmend in Schneeregen und Schnee über. Was wir auch sehen, ist, dass die Bewegungsrichtung in Richtung Nordosten gerichtet ist. Das heißt, das Ganze zieht weiter in Richtung Ostseeküste. Dahinter folgen aber weitere Regenwolken. Noch die gute Nachricht, es wird in den nächsten Tagen deutlich trockener als das, was wir an diesem heutigen Donnerstag erlebt haben. Mit diesen neuen Regenwolken zieht aber auch deutlich wärmere Luft zu uns. Schön zu sehen am 15-Tage-Trennen von Leipzig. Morgen und übermorgen erwarten wir Temperaturen im Bereich von 13, 14, möglicherweise 15 Grad. Und auch wenn es danach nicht mehr ganz so warm ist, es geht auf jeden Fall zu warm für die Jahreszeit auch in der nächsten Woche weiter. Damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht haben wir es also zum Teil mit länger anhaltendem Schneefall, vor allem im Norden Deutschlands, zu tun mit entsprechenden winterlichen Straßenbedingungen. Und das Ganze verlagert sich langsam Richtung Mecklenburg-Vorpommern und in den Norden Brandenburg hinein. Dahinter geht es aber dann doch ziemlich schnell in Regen über. Ganz im Süden kann es auch trocken sein. Die Temperaturen morgen früh zeigen diesen großen Luftmassenunterschied. Null Grad in diesen Schneefall-Schneeregengebieten im Norden, 10 bis 12 Grad im Südwesten. Morgen Vormittag geht es dann weiter. Und zwar von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern bis in den Norden Brandenburg hinein. Auf diesem Gebiet wird es am Vormittag weiterhin schneien. Dahinter dann der Regen. Und dann folgen anfangs viele Wolken, aber es wird schon deutlich trockener sein. Am Nachmittag wird dann auch der letzte Schneefall im Norden Schleswig-Holsteins auf Rügen allmählich in Schneeregen und dann in Regen übergehen. Aber ganz wichtig, im Westen Deutschlands, wo es heute fast den ganzen Tag nass war und geregnet hat, dort kommt dann sogar mal wieder die Sonne hervor. Die Temperaturen morgen Nachmittag. Ein Grad von Flensburg bis Bergen auf Rügen. 15 bis 16 Grad hingegen von Köln bis nach Freiburg im Breisgau. Der Wind weht dazu in der warmen Luft aus südwestlichen Richtungen und in der kälteren Luft immer noch aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten sehen warm aus und das Wochenende deutlich trockener mit nur wenig Regen. Am ehesten am Sonntag im Nordosten und im Süden, aber im Westen auch längere trockene Phasen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich wünsche noch einen schönen Abend.